Servus Leute, ja, ihr seht es vielleicht schon an meiner Aufmachung, willkommen zu einem, naja, etwas anderen Video. Vorher habe ich euch gesagt, Spoiler alert, es ist nichts Schlimmes, ich höre weder auf mit YouTube, noch passiert irgendwas großartig. Es ist nur ein kleines Update-Video, um euch mal was zu erklären und dass ich es nicht immer unbedingt in den Community-Beiträgen posten muss, sondern wenn ich jetzt gerade mal hier ein Video mache, kurz mal klarstelle, was die Sache ist und es dann ganz normal weitergeht. Also, haltet euch bedeckt, ist alles okay, es ist nichts Schlimmes passiert. Trotzdem ist es keine richtige Folge Couchtime, deswegen hier auch kein Intro und ich versuche auch mehr oder weniger das Ding hier so gut ankert wie möglich zu lassen. Hoffentlich, aber ich kenne mich, es kann auch sein, dass es genau das Gegenteil ist. Naja, kurz um zu erklären, was los ist, ihr wisst, heute ist Montag an dem Tag, wo ihr das Video seht. Eigentlich hätte gestern ein Video kommen müssen, dazu kam ein Community-Beitrag, jo, schaffe ich leider nicht, kommt heute. So, ich habe mir aber gedacht, scheiß drauf, ich ziehe dieses Video hier vor, um einfach ganz kurz mal zu erklären, wie das jetzt demnächst hier laufen wird. Und zwar habe ich mir überlegt, um mir selber irgendwo ein bisschen Stress rauszunehmen aus diesem Kanal, werde ich den Video-Upload-Plan ein klein bisschen ändern. Und zwar, es wird weiterhin bei zwei Videos die Woche bleiben. Genau, zwei Videos die Woche, das ist schon die Veränderung. Faszinierenderweise habe ich, ja, genau, also es kommen keine Videos mehr nur am Wochenende, heißt nicht nur Freitag, Samstag, Sonntag, sondern es kann jetzt theoretisch von Montag bis Sonntag every day ein Video kommen, theoretisch. Und dass zwei Videos bezieht sich auch weiterhin nur auf mindestens zwei Videos bedeutet, wenn ich Bock habe und eine ganze Woche voll ballern will mit Videos, dann mache ich das auch nur. Es geht halt darum, dass ich sagen kann, einmal beziehungsweise zweimal in der Woche gibt es jeweils ein Video von mir. Wie gesagt, das nimmt mir ein bisschen den Stress raus zu sagen, okay, ich muss bis zum Wochenende mit allem fertig sein. Dementsprechend kann ich zum Beispiel ein Wochenende dafür nutzen, aufzunehmen für den Verlauf der Woche. Ich denke, es ist logisch, warum ich das jetzt so geplant habe, weil sonst muss ich halt immer in der Woche aufnehmen fürs Wochenende. Und so kann ich theoretisch sagen, ich nehme am Wochenende halt auch für die Woche. Ist irgendwie ein bisschen entspannter. Genau, bedeutet, grundlegend ändert sich nichts, außer dass die Videos auch jetzt schon von Montag bis Donnerstag kommen könnten, theoretisch. Ja, an der Stelle lasst gerne mal eure Meinung dazu in den Kommentaren da, ob es euch egal ist, wann die Videos genau kommen oder ob ihr sagt, nee, die müssen Freitag, Samstag oder Sonntag kommen. Gut, das war es jetzt quasi mit dem wichtigen Zeugs. Jetzt kommt noch etwas Nebensächliches, nenne ich es mal. Und zwar, um euch schon mal ein bisschen die Spannung auf morgen zu geben, werde ich schon mal sagen, was morgen für ein Video kommt. Und dementsprechend könnt ihr auch darauf bezogen direkt mal mir weiteren Input geben, wie es danach weitergehen soll. Und zwar gibt es morgen ein The Walking Dead Video. Und zwar eins, worauf wahrscheinlich schon ein paar Leute oder der Großteil hier vielleicht länger gewartet. Und zwar geht es weiter mit dem The Walking Dead Character Clash. Ja, es dauert ja eigentlich nicht mehr so lange, dann sollten wir mit dem Bums durch sein. Surprise, das könnte vielleicht morgen schon passieren, aber ihr werdet es dann in den Videos sehen, sage ich mal. Auf jeden Fall ist jetzt hier die Frage, wenn wir mit diesem Character Clash, sage ich mal Character Clash Staffel 1, durch sind, soll ich dann lieber weiter mit The Walking Dead Character Clash, also quasi The Walking Dead Character Clash Staffel 2, oder soll Staffel 2, in Anführungszeichen Staffel 2, mit 4 The Walking Dead Charakteren weitergehen? Das könnt ihr mir jetzt bitte gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich denke nämlich, ich persönlich hätte Bock auf 4 The Walking Dead Charaktere. Aber wenn ihr eher The Walking Dead erstmal weiterhaben wollt, dann gerne das raus. Ansonsten, wie gesagt, gucke ich mal entweder The Walking Dead oder 4 The Walking Dead. Schreibt es, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Definitiv geht der Character Clash weiter. Und im gleichen Atemzug, schreibt mir gerne, gerne, gerne Kategorien weitere in die Kommentare. Ich habe jetzt gesagt, also wir haben ja bewertet nach Menschen-Kills, Zombie-Kills, Anzahl der Folgen, persönliche Meinungen und dem großen 1 vs. 1. Ihr könnt aber gerne weitere Vorschläge bringen. Also haut gerne mal raus, was euch noch so an, ich sag mal, Clash-Punkten interessieren würde. Was weiß ich als Beispiel, wer hat die meisten charakterlichen Veränderungen durchgemacht? Oder was weiß ich, irgendwie sowas in der Art, wonach man einfach den Charakter bewerten kann und sagen kann, okay, das ist besser als bei dem, als Beispiel. Und dementsprechend halt dann die Punkte verteilen kann. Dann schreibt gerne dazu, gerne eure Gedanken, Meinungen, Ideen in die Kommentare. Ich sammle die auf jeden Fall und dann wird das auch in den Videos so gemacht werden. Genau, so, und damit seid ihr jetzt komplett informiert. Punkt 1, Videos kommen nicht mehr nur am Wochenende, sondern auch unter der Woche möglich. Punkt 2, morgen kommt ein Character Clash. Punkt 3, der neue Character Clash. Schreibt mir gerne in die Kommentare, womit, ob nur The Walking Dead oder 4. Und Punkt 4, schreibt gerne weitere Kriterien von Character Clash in die Kommentare. Ja, und das soll es wirklich jetzt mit dem Video schon gewesen sein. Hoffentlich so kurz gehalten, wie es nur geht. Ihr habt ein paar Informationen. Ich habe meine Informationen rausgehauen, ohne es jetzt in einem ewig langen Community-Beitrag zu machen. Dementsprechend sind wir alle glücklich. Und wenn ihr jetzt tatsächlich noch ein Video von mir sehen wollt, weil ihr denkt euch, nee, das reicht noch nicht und ich will mehr Inhalt, checkt doch gerne den Kanal mal aus. Hier gibt es, wie gesagt, Videos zu The Walking Dead größtenteils momentan. Aber auch sonst Filme, Serien, alles mögliche. Theorien, Fakten, alles mögliche drum und herum. Wenn euch sowas interessiert, checkt gerne den Kanal aus. Ich verlinke euch auch mal ein paar Videos zum einen Mal The Walking Dead, aber auch mal ein bisschen was anderes. Guckt es euch gerne an, wenn es euch interessiert. Und sonst würde ich sagen, bin ich raus damit. Ich hoffe, euch hat die Information trotzdem gefallen. Wir sehen uns morgen dann im Video. Sehr, sehr unregelmäßig, aber morgen im Video. Ich dann selbstverständlich auf derselben Couch. Aber bis dahin bin ich jetzt erstmal raus. Tschüss.